So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hätte es mir gewünscht, ich hätte dieses Video niemals machen müssen, aber es ist passiert, mich hat es auch erwischt. Gerade eben, vor, weiß nicht, zwei Stunden oder so, und war auch gerade noch im Krankenhaus, hab mich durchchecken lassen. Ja, mir geht es halbwegs gut, sag ich mal. Also mir tut mein Rücken so verdammt weh, mein Waden tut so verdammt weh, ich kann nicht mehr auf den linken Fuß steigen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall ist der Herr stehen geblieben an dieser Kreuzung und ich bin hinter ihm gestanden und er ist mir einfach reingefahren. Er hat einen Rückwärtsgang eingelegt, obwohl es da bei der Straße eh nicht weiter ging, weil er abgesperrt war wegen Baustelle. Fing rückwärts und ich bin übers Motorrad nach hinten geflogen und bin dann nahegelegen. Und das war kein schönes Gefühl, weil ich denke, irgendjemand hätte es gejuckt, irgendein Autofahrer, irgendein Passant, niemanden hat es gejuckt, dass ich da gelegen bin, das Motorrad da gelegen ist. Es sind alle einfach weitergegangen, weitergefahren, ein Idiot hat sogar gehupt. Auf jeden Fall war das richtig nice von dem auf jeden Fall. So, also ich muss sagen, klar, es war ein dummer Fehler von ihm, aber Gott sei Dank war er halbwegs gechillt und er hatte ja auch gleich gesagt, dass er schuld ist und das kann man, ja, Fehler passieren leider. Gott sei Dank hatte ich volle Lederkombi an und ja, wir haben dann die Polizei gerufen, Polizei war da, haben wir uns dann beide halt vernommen, einvernommen. Und jetzt läuft das Ganze übers Gericht und ich hoffe einfach nur, dass die Gabel der Lenke nicht verzogen ist, das wäre richtig scheiße oder die Felge. Ja, mein Rücken tut verdammt weh, mein Rücken tut wirklich verdammt weh, das ist, boah, heftig, Alter, wirklich heftig. Mein Waden tut verdammt weh, ich kann nicht auf den linken Fuß steigen. Noch dazu war ich vor einem Training und habe Beine trainiert und Rücken und es ist einfach, ja, richtig cool. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, dass ich ein paar Videos im Voraus habe, die kommen natürlich jetzt auch und passt auf, Leute, wirklich, passt auf. Und an der Kreuzung, wenn eines, ich habe einfach keine Zeit gehabt, dass ich hupe, dass ich Gas gebe. Ich wollte sogar noch Gas geben, habe das Bild geschafft, aber das ging so verdammt schnell und es geht auch verdammt schnell. Ja, Motorrad ist leider Schaden, aber Blech kann man beheben, ist Gott sei Dank wirklich großteils nur der Kotflügel, was kaputt ist. Und, ähm, ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ich würde es auch eigentlich zulabern und so, Updates kommen dann und es tut aber so verdammt weh. Fuck, Mann, ich mache es so aus. Und, ähm, mein armes Motorrad, ey, scheiß Dreck. Ich bin so richtig weggeflogen, Alter, mich hat es so richtig runtergehebelt, Mann. Und, ja, es läuft das Ganze übers Gericht, bleibt informiert, bleibt geupdatet, checkt mal Facebook, Instagram aus. Und, ähm, ja, ich hoffe, ich muss das Video nicht bald wieder machen. Also, haut rein, haut vorsichtig und wir sehen uns.